Thema, sollte man seine Paneele einmal ein Jahr putzen, im Frühling ein Frühjahrsputz? Ja, definitiv. Man sollte nicht mit dem Hochdruck reinigen. Angeblich auch nicht mit Besen, mit Plastik borsten, weil das die Oberfläche verkratzen kann. Man kann schon mit warmem Wasser von oben zum Beispiel einen Gartenschlauch an Wasserhahn montieren. Da gibt es von Gardena so Adapter. Und dann, klar, warmes Wasser auftragen, weil die angetrockneten Sachen kriegt man sonst einfach sehr schlecht weg. Speziell sind die Entenscheiße. Und dann, ja, dann habe ich hier ein Seifen-Wasser-Gemisch, etwas Wasser und die weiche Seite vom Schwamm. Seifen-Gemisch auftragen, schrubbi-schrubbi, mit Wasser abspülen, weil es der Regen, also im Grunde reinigen die sich schon selbst. Wenn man noch ein paar, ein, zwei, drei Prozent, fünf Prozent rausholen will, auf jeden Fall Frühlingsputz mal.